Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bevor wir mit dem Let's Play beginnen, gibt es heute noch einen kleinen Hinweis für euch. Ab sofort gibt es auf meinem Kanal auch wieder laufende Projekte, die sich nicht um das Thema Eisenbahn drehen. Dies dient vor allem auch für mich persönlich zur Abwechslung und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch bei diesen Projekten mal vorbeischaut, wenn euch diese Projekte interessieren. Zum einen ist das Let's Play vom Bussimulator 21 gestartet und zum anderen das Let's Play von Deadman's Diary. Deadman's Diary, das ist so ein Survival-Simulator, wo wir in einer postapokalyptischen Welt überleben müssen und Bussimulator 21, das erklärt sich ja von selbst. Ich habe da noch ganz viele andere Projekte am Start, wo ich mir so die letzte Zeit Gedanken gemacht habe, um auch für euch so ein bisschen mehr Abwechslung anzubieten. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da natürlich auch mal vorbeischaut, wenn euch diese Projekte interessieren. Und jetzt geht es mit dem eigentlichen Let's Play los. Wir sind wieder zurück in TrainSim World 3 und machen heute eine Fahrt mit dem Nightjet. Zum einen mit dem Nightjet 490 und dem Nightjet 4042.0. Der 490 kommt aus Wien und der andere aus Innsbruck. Beide haben das Ziel Hamburg-Altona. Fahren Sie diesen Nachtauto-Zug von Würzburg nach Kassel-Wilhelmsöhe. Unsere Lokomotive ist die DB-Baureihe 101.701,8 Tonnen Zuggewichte, 17 Einheiten im Zugverband und eine Zuglänge von 374,4 Meter. Ja, dann würde ich sagen, hinein ins Vergnügen. Also, wir haben hier unsere Baureihe 101, die wir heute fahren. Die muss aber erst einmal hier in Würzeburg aufgerüstet werden. So, jetzt müssen wir erst mal den Richtungswender dafür einstecken, um dann hier die Türen freizugeben. Wir müssen natürlich aber erst mal den Führerschlüssel, den Bremsschlüssel aufschließen. Dann geben wir die Türen auf der rechten Seite frei. Und wir sollen um 2.50 Uhr, also wir sind mitten in der Nacht, am sehr, sehr frühen Morgen unterwegs, um 2.50 Uhr dann hier starten. So, und während die Fahrgäste jetzt hier, die wenigen wahrscheinlich, die hier ein- und aussteigen, dann werden wir unsere Lokomotive erst einmal weiter aufrüsten. Und wir wollen natürlich die PZ-Ziefer nutzen, PZB und LZB. Dann müssen natürlich hier die Spitzensignale eingestellt werden. So, das war dann erst einmal hier das Wichtigste. Und dann können wir natürlich auch die AFB einschalten. Vielen Dank für den Tipp von euch mit den Pfeiltasten. So, dann haben wir hier den Schalter für die AFB. Machen wir an und ist auch angegangen. So, dann können wir die Geschwindigkeit gleich noch vorwählen, die wir dann später brauchen. So, also geht das erst einmal wieder zurück. Und die AFB können wir ja schon mal auf diese 100 Stundenkilometer voreinstellen. Das ist perfekt. Und nun können wir uns unseren Nightjet, Nightjet, das sind ja die Züge, die in Deutschland den Nachtzugverkehr abwickeln, können wir uns da mal von außen anschauen. Und das ist einmal unsere Baureihe 101, die diesen Zug jetzt hier ziehen wird über die Strecke. Das ist auch, wie gesagt, ein sehr langer Nachtzug. Und zum anderen, ihr seht, wir haben jetzt hier als Nachtzugwagen Eurofima-Wagen, also Intercity-Wagen, am Haken. Und hier brennt gar kein Licht. Und das weiß ich nicht, ob das jetzt so gewollt ist. Aber wir können natürlich das Licht hier einschalten im Zug und gucken nochmal. Und jetzt brennt hier Licht, aber kaum einer fährt mit. Und hier seht ihr mal, wie lang unser Zug ist. Es sind ja 16 Wagen und es ist ein Nachtauto-Zug. Das heißt, wenn wir jetzt ganz weit nach hinten gehen, dann werden wir hier auch sehen, dass hier eben, ja, ihr seht, dass wir so nicht nur Personenwagen haben, sondern auch Autowagen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir dadurch wahrscheinlich auch gar nicht so schnell fahren dürfen. Also es ist mitten in der Nacht, Würzburg-Hauptbahnhof. Als Jahreszeit habe ich Sommer eingestellt. Das kann also sein, dass wir vielleicht, wenn wir in Kassel ankommen, sogar noch die Dämmerung erleben könnten. Weil wir sind, wie gesagt, relativ lange unterwegs. Das ganze Szenario wird auch in vier Teile, das wird auch in zwei Teile geteilt werden. Wir sollen um 4.12 Uhr nämlich erst ankommen. Also es ist über eine Stunde Fahrtzeit. Das heißt, wir dürfen offenbar auch nicht so schnell einfahren. Oder hier nicht so schnell, ja, also nicht so schnell unterwegs sein. Ist ja logisch, mit dem Güterwagen am Ende. Das kann sein, dass wir jetzt hier nur mit 120 oder 140 unterwegs sind. So, wenn ihr das Szenario startet und gleich in die Außenansicht geht, das ist also eine Fahrplanfahrt, ein Fahrplan-Szenario ist das, dann seht ihr hier auch noch einen zweiten Nachtzug. Aber der ist jetzt in dem Fall schon weg. Also ihr könnt mit der Baureihe 101, in der wir uns befinden, das ist ja ein DLC für Trainsome World 3, um dieses Szenario zu fahren, müsst ihr Trainsome World 3 besitzen. German Starter Park oder Standard Edition oder Deluxe Edition. Denn da ist nämlich diese Strecke Kassel-Würzburg dabei. Weiterhin müsst ihr noch die Strecke Hauptstrecke Rhein-Ruhr besitzen und das DLC Baureihe 101. Warum muss man die Strecke Rhein-Ruhr besitzen? Weil ganz einfach die Baureihe 101 eben diese Strecke als Voraussetzung hat, warum auch immer. Eigentlich hatte ich mal gelesen, dass dieser Add-on-Zwang beseitigt werden soll. Macht man wahrscheinlich offenbar aber nur bei den neueren DLCs. Bei den älteren anscheinend wird das dann doch nicht nachträglich gemacht. So, jetzt müssen wir aber hier, das machen wir aus und machen das an. Und dann sind wir soweit, ja abfahrbereit, dass die Fahrgäste jetzt hier ein und aussteigen können. Wie gesagt, das ist auch nicht allzu viel los. Viele abgestellte Züge, die wir hier am Bahnhof von Würzburg sehen. Also oft hier die Baureihe 425, die ja überall abgestellt sind. Es ist ja um die Zeit, da ist ja so gut wie kein Personenverkehr. Außer eben mal ein paar Nachtzüge. Mehr ist da einfach nicht los. So, mal gucken, ob wir hier ein schönes... Man hört das im Hintergrund, sind auch gerade Einsatzfahrzeuge unterwegs. So, jetzt sind die Fahrgäste eingestiegen. Wir sollen bis 2.50 Uhr warten. Ja, ich habe das hier mal ausprobiert. Hier scheint ein kleiner Bug zu sein, dass das nicht umspringt. Von daher verregeln wir die Türen einfach und gucken, was passiert. Im Übrigen, es gab ein Update in dieser Woche. Das war, glaube ich, Dienstag oder Mittwoch. Und da haben wir zum Beispiel diese Symbole jetzt dazu bekommen. Also die Hand ist das Zeichen Anhalten in Fulda. Und dann gibt es noch so einen Pfeil, wenn man irgendeinen Ort überfahren soll. So, jetzt aber Bremse lösen. AFB ist, glaube ich, eingestellt, soweit ich das erkennen kann. Und wir machen uns nun auf dem Weg in Richtung Kassel. So, und ja, dann startet unser Zug. Und der wird natürlich jetzt ein bisschen brauchen, um erst mal hier auf Tempo zu kommen. So, also wir verlassen Würzburg um 2.50 Uhr in der Nacht. Diese Nachtzugfahrt, das wurde von vielen sehr positiv aufgenommen. Obwohl, wenn das natürlich kein echter Nachtzug ist. Also natürlich, ein Nachtzug unterteilt sich ja in Schlafwagen, Liegewagen und Sitzwagen. Gelegentlich ist vielleicht auch mal ein Board-Restaurant dabei, wobei das mittlerweile auch selten geworden ist. Aber hier haben wir natürlich nur Sitzwagen und Eurofima-Wagen. Die Eurofima-Wagen sind allerdings in den Nachtzügen aber schon mit enthalten. Das kann schon mal wirklich sein, dass da in Intercity-Wagen mal mit im Zug verbannt ist. Aber meistens haben die Nachtzüge eigentlich Sitzwagen, die da eben entsprechend auch lackiert sind. Aber trotzdem war auf jeden Fall eine sehr schöne Idee, dieses Szenario. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir mal richtige Nachtzug-Nightjet-Wagen bekommen könnten. Und hier seht mal, der Zug sah relativ leer aus, aber ganz viele Autos. Also ein paar Fahrgäste haben wir schon. Und das ist richtig schön. Das ist wieder eine sehr gründliche Recherche, auf die sich hier die Entwickler, also da können die Entwickler wirklich stolz drauf sein. Denn da hat man wirklich sehr gründlich recherchiert. Es gibt insgesamt zwei Fahrten für den Nachtzug. Einmal hin, einmal zurück. Dann gibt es, was gibt es da noch, glaube ich nochmal so einen ähnlichen Nachtzug, den man fahren kann. Der dann aber als IC, also mit so einer 6.000er oder 60.000er Nummer, das sind ja im Prinzip auch Nachtzüge. Nur, dass man die bis zu einem bestimmten Punkt noch als Intercity nutzen kann. Und ja, das ist auf jeden Fall das, was wir hier so spielen können. Es ist ein Fahrplan-Szenario. Das heißt, ihr seht hier eben auch Züge, die eigentlich bei der Strecke nicht enthalten sind. Und müssen wir mal gucken, was uns hier so entgegenkommt. Und wie gesagt, um diese Zeit maximal Güterverkehr, was uns hier auf der Strecke entgegenkommen wird. Und mal gucken, wie schnell wir jetzt letzten Endes wirklich fahren dürfen. Lassen wir den Zug hier nochmal vorbeisausen. Mitten in der Nacht der Mondschein. Könnte also ein nächster schöner Sommertag werden. Und ja, schauen wir doch mal. Oh, und jetzt haben wir dürfen also bis zu 160. Mit dem Autotransportwagen 160. Und das ist ja schon krass, dass wir da so schnell fahren dürfen. Das ist echt, das hätte ich jetzt nicht erwartet. So, jetzt machen wir erstmal das Fernlicht an. Und ja, brauchen jetzt eigentlich kaum noch etwas zu machen. Weil ja eben alles die LZB ja für uns erledigt. Aber wie gesagt, sehr großzügige Fahrzeiten. Haben wir, wie gesagt, das Ganze soll knapp eine Stunde. Und, oh Gott, wie lange war das? Eine Stunde, acht, oder so? Eine Stunde, 18 Minuten oder so. Das ist wirklich ein sehr, sehr langes Szenario. Deswegen wird das natürlich auch in der Aufnahme geteilt werden. Vielleicht kann ich euch noch ein bisschen was von meiner Nachtzugfahrt erzählen. Ich bin schon mal mit dem Nachtzug gefahren. Das war auch meine einzige Fahrt bis jetzt mit dem Nachtzug. Das war damals im Sitzwagen. Und das waren diese früheren Intercity-Night-Züge. Das waren so Talgo-Zugverbände. Und mit denen bin ich mal im Jahr 2009 von München nach Berlin gefahren. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass die Sitze sehr bequem. Das war wirklich dann schon sowas wie ein Ruhesessel. Und es war auch ruhig im Abteil. Und ich weiß, dass da sogar das Licht ausgemacht wurde. Also nachdem die Fahrkonten kontrolliert wurden, da wurde wirklich das größte Teil des Lichtes in dem Wagen, und dem Zug eben auch ausgemacht. So, hier kommt nur sein Zug entgegen mit einer 155. Und ein gemischter Winterzug. Den haben wir jetzt natürlich voll geblendet, den Kollegen. Und wir können noch mal einen Blick auf den Güterbahnhof Würzburg-Zell werfen, der sich direkt hier unter uns befindet. Wo auch zahlreiche Güterwagen und Züge abgestellt sind. So, überrascht mich selber, dass eben dieser Autozugwagen hier im LZW-Bereich bis zu 160 schnell fahren können. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. So, das wollen wir gucken. Und nicht, dass wir jetzt hier den Ratschlupfen durch sowas hier aktiviert haben. Gut. So, sausen wir also in Richtung Fulda. Und im nächsten Video wird es dann weiter nach Kassel-Williamshöhe gehen. Ja, also, bevor wir über den Nachtzug reden, also meine Nachtzuggeschichte, wie gesagt, ich habe es sehr bequem in Erinnerung. Und der Zug ist nicht die direkte Strecke gefahren. Also es gab damals die Schnellfahrstrecke ja noch gar nicht zwischen Nürnberg und Erfurt. Aber der Zug hatte einen sehr, sehr großzügigen Fahrplan. Also hatte recht wenige Halt. Es war, hatte auch Autowagen dabei. Also der ist in München-Ost gestartet. Ich bin am Hauptbahnhof dann zugestiegen. Und unterwegs halt, da waren dann Augsburg, Fürth, Halle und dann Berlin. Also mehrmals in Berlin. Da saß Wannsee, logisch, um die Autos abzuladen. Und dann, ich bin, glaube ich, bis zum Hauptbahnhof mitgefahren. Und das war, ja, war mal ein interessantes Erlebnis. Aber ich weiß, dass die Reise auch sehr lange gedauert hat. Ich glaube, Start war abends um elf. Und Ankunft in Berlin war acht oder so gewesen. Also schon relativ lange. Der ist auch nicht so schnell gefahren. Zeitweise auf freier Strecke einfach auch nur gestanden. Aber ich konnte da nicht so viel schlafen. Also im Sitzwagen, Liegewagen und so, habe ich nie ausprobiert. Aber im Sitzwagen, ja, dir fallen mal die Augen zu. Aber ich konnte nicht so, ich kann mich erinnern, dass ich da kaum geschlafen hatte. Ja, so viel mal zum Nachtzug, aber jetzt mal zurück zu Transom World 3. Also in dieser Woche, am Dienstag oder Mittwoch war das, gab es das zweite Post-Release-Update. Also das zweite Update seit dem offiziellen Release. Und das hat ja, wie gesagt, viele kleinere, viele Bugfixes behoben. Zum einen von den Inhalten von Transom World 3. Zum anderen eben von den drei neuen DLCs, die es ja für das Spiel gibt. Und da wurden auch ein paar Sachen korrigiert. Aber wie gesagt, es sind eben viele Kleinigkeiten, die jetzt hier mit drin waren. Wie eben dieses mit diesen Symbolen, dass wir die Hand sehen, Halt, Stopp. Oder eben, wenn wir überfahren sollen, so einen Pfeil jetzt sehen. Das ist zum Beispiel neu in dieses Spiel gekommen. Also man hat da in vielen Ecken und Enden eben geschraubt. Auch die Funktion Spiel speichern, die wurde auch nochmal nachgebessert. Ich weiß nicht, ob die jetzt perfekt funktioniert. Also ich glaube es aber fast nicht. Aber ich bin schon echt am überlegen, das in Fulda mal auszuprobieren. Ob wir wirklich speichern können. Und dann, also das soll wohl funktionieren. Aber ich habe da so eigene Erfahrung gemacht, dass da eben nicht jede Einstellung dann wieder geladen wird. Und so, also dass man zwar trotzdem weiterspielen könnte, aber irgendwie, ja. So, das nicht so 100%. Ja, aber das ist eben auch lange her. Ich habe es jetzt hier in diesem Spiel noch nicht ausprobiert. So ist unser Zug vorbei. Ja, interessante Mischung. Ein Personenzug mit Güterwagen ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Ja, Nachtzüge in Deutschland mittlerweile von der Deutschen Bahn ja nicht mehr betrieben. Also die Deutsche Bahn bietet zwar noch Nachtverkehre an, aber das wird überwiegend mit dem ICE mittlerweile abgehandelt. Also da gibt es, glaube ich, IC4, wo aber viele dann schon auch gesagt haben, der ICE4 ist vielleicht nicht so der passende Zug für die Nacht, weil er wohl die Beleuchtung wäre im Fahrgastraum zu grell. Und es wäre allgemein da wohl relativ unbequem und so weiter. Also ich bin mit dem Zug noch nicht gefahren. Ich kann das nicht beurteilen. Aber das ist so das Feedback, was man dann zu dem Thema liest. Also Nachtzug, der reine Nachtzugverkehr mit Schlafwagen in Deutschland. Da gibt es ein paar privaten Branden, die da Verbindungen anbieten. Beispielsweise, ich weiß, hier von Dresden gibt es zum Beispiel so eine Nachtzugverbindung zwei- oder dreimal die Woche nach Stockholm, also der Hauptstadt von Schweden. Das ist ein privater Anbieter. Und die Mehrzahl dieser Nachtzugverbindungen in Deutschland, das wird auch mittlerweile durch die österreichischen Bundesbahnen übernommen. Und die verkehren damit ihre Nightjet-Zügen. Und das ist auf jeden Fall eine tolle Sache, dass man das noch weiter betreibt. Das sah ja, wie gesagt, lange Zeit mal danach aus. Also 2016 hat die DME quasi das Ganze eingestellt. Und dann haben relativ schnell die Österreicher dann das Ganze hier übernommen. Ja, Nightjet, zumindest bei dem, was man sich so auf YouTube zu diesem Zug angucken kann, zu den Wagen. Also es ist wohl extrem leise in diesen Zügen, also was Wolkenbrüche und so angeht. Also das ist wirklich gefühlt wie so ein Jet. Also das ist schon mal ein unter anderem Ausdruck. Aber wie gesagt, so ein Nachtzug, auch wenn man im Vorbild mit dem fährt, in der Regel besteht ja eben Schlafwagen, Liegewagen, Sitzwagen und manchmal ist noch ein Speisewagen dabei. Aber das eben nicht immer. So, und Autotransportwagen sieht man da auch sehr oft, dass da eben Autos mitgenommen werden. Das ist auch so ein spezielles Angebot. Wird vor allem so genutzt, wenn von Leuten, die Urlaub machen wollen. Wenn ihr zufällig in der Nähe von so einem Terminal wohnt, da gibt es ja gar nicht eins zu viele. In Deutschland kann man Hamburg ist eins, in Berlin, Bremen, glaube ich, oder Bonn ist, glaube ich, noch eins. Ich weiß gar nicht, wie viele das insgesamt hier in Deutschland gibt. Auf jeden Fall sind es nicht so viele. Also wenn ich das machen würde oder machen wollen würde hier mit so was, dann müsste man das mit dem Auto bis Berlin fahren. Und das Ganze kostet natürlich auch eine gewisse Summe Geld. Das ist ganz klar, wenn man so was machen möchte. Also das Auto quasi mit in den Urlaub nehmen, aber das Ganze eben per Zug. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein dreistelliger Betrag, was das kostet. Das muss man ganz klar sagen. Aber ja, ist auf jeden Fall ein tolles Angebot. Wird, glaube ich, vor allem so von älteren Leuten genutzt, wo die sagen, naja, weil diese Nachtzugverbindungen, die gibt es ja bis nach Italien, bis Kroatien. Und man sagt, naja, ich will jetzt hier nicht 1.000, 2.000 Kilometer selbst fahren, sondern gebe lieber ein bisschen mehr Geld aus, fahre das Auto halt auf den Zug rauf und kann dann im Zug schlafen und alles. Und das kommt quasi ausgeruht am Urlaubsrund an. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Diese Angebote meiner Meinung nach machen Sinn, wenn man in der Nähe von so einem Terminal wohnt. Das ist vielleicht 50 Kilometer im Kreis sein. Aber ansonsten muss man sich das rechnen. Wenn man erstmal 200 Kilometer oder 300 Kilometer dahin fahren muss, dann lohnt sich das natürlich nicht. Es kommt aber immer drauf an, wo man dann genau hin möchte. Ja, das gibt es auf jeden Fall. Also, und, ähm, ja, einen richtigen Nightjet als DLC, den gibt es für den Train-Simulator. Da müsst ihr mal beim 3D-Zug vorbeischauen. Dort gibt es so einen Nightjet, den man sich da kaufen kann. Äh, kann ich nur empfehlen. Ist auch ein sehr schönes Fahrzeug. Also, ja, Thema Nachtzüge ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Also, wir werden jetzt auch hier während unserer Fahrt kaum irgendwie auf andere Personenzüge treffen. Äh, wie gesagt, den einzigen, den wir hätten sehen können, äh, das wäre dann dieser Zug in Würzburg gewesen, wo wir gestanden haben. Da hätten wir sofort in die Außenhansicht gehen müssen. Da hätten wir den noch wegfahren sehen. Und, das kann man auch machen. Eigentlich hätten wir anfangen müssen mit dem Szenario von Kassel bis Würzburg runter. Und dann fahren wir genau ein paar Minuten später mit dem Zug hier wieder zurück. Also, das kann man auch machen, wenn man das möchte. So diese Szenarien der Reihe nach, ähm, eben spielen die Fahrplatz-Szenarien. Aber dem Spiel ist das so ziemlich egal, wie man das macht. Also, ja. Ich bin auch sehr gespannt, ähm, denn Train-Simulator 3 wird wieder ein Spiel der Geheimnisse. Äh, ihr erinnert euch vielleicht an die Roadmap, die jetzt am 6., das ist auch schon wieder ein bisschen her, am 6. Oktober rauskam. Und, ähm, da wurde ja vieles... Einerseits war es seit langer Zeit mal wieder eine echte Roadmap, wo man die Seite hatte, das und das ist geplant. Aber so richtig, was ist genau geplant, das könnte man da eben nicht entnehmen. Wir wissen jetzt, dass wir drei neue Strecken kriegen. Eine deutsche Strecke, zwei britische Strecken, äh, eine neue amerikanische Lok. Und, ich glaube, auch eine neue britische Lok war da, ne, eine amerikanische Lok soll es da auch noch geben. Und, ja, da ist natürlich wieder heiteres Rätselraten. Und ansonsten soll es da eben noch viele, viele andere Verbesserungen geben. Also es wird auch noch weitere Updates hier zu diesem Spiel geben, das ist ganz klar. Und da müssen wir einfach mal abwarten, wohin das die Reise jetzt geht. So, also wir sind jetzt hier geschmeidig mit unseren 100, 159 Stundenkilometern in Richtung Fulda. Wir haben etwa ein Viertel der Strecke haben wir schon hinter uns. Also, komm, ja, wenn die Bahn frei ist, kommt man auch ganz gut voran. Aber es ist halt die Frage, der Fahrplan ist ja wirklich sehr großzügig. Nicht, dass wir da im Fulda noch, wo vom roten Signal stehen. Aber das ist das Gute hier an diesem, an diesem DLC, oder an dieser Strecke besser gesagt. Wie gesagt, man hat ja fast nur LZB-Betrieb. Und wenn wir LZB und AFB nutzen, müssen wir auch so die Siefa zurückzusetzen, ja kaum noch etwas machen. Also das ist auch sehr entspannt. So, Wetter habe ich übrigens dynamisch eingestellt. Es scheint, sieht gerade so aus, als ob sich das Ganze hier wieder zusammenzieht. Ich hoffe, dass das dann aber auch wieder weggeht, wenn das jetzt ja anfängt zu regnen. Weil, ähm, wäre ja interessant, da am Borgengrauen anzukommen und die Sonne geht in Kassel auf. Aber ich weiß nicht, wie ich, ich habe das noch im Spiel noch nicht ausgetestet. Und ich weiß, dieses eine Güterzug-Szenario, was wir letztens mit Jahr rund 82 gefahren haben, diese farbweiten Fahrplanfahrten, äh, da habe ich auch die Zeit auf Sommer gedreht. Und da war es früh um 5, um 6, wo waren wir da losgefahren? Um 5 war das genau. Und da war schon fast helllichter Tag gewesen. Deswegen könnte es durchaus sein, dass während unserer Fahrt, speziell im zweiten Teil unserer Fahrt zwischen Fulda und Kassel, dass dort dann eben die Dämmerung einsetzt. Also hier wird sie, glaube ich, noch nicht einsetzen. Bis, äh, nach Fulda, aber im zweiten Teil. Wir werden auch in Fulda, das habe ich jetzt mal so festgelegt, da werden wir definitiv auch, äh, mal die Funktion Spiel speichern ausprobieren. Und, ja, wenn es einen zweiten Teil, wenn das Ganze einigermaßen funktioniert, dann gibt es natürlich in der nächsten Folge auch den zweiten Teil dieser Reise für euch. Wenn nicht, müssen wir sehen, ähm, weiß ich nicht, ob ich da noch mal so bis dahin fahre. Aber, also wie gesagt, ich bin da auch im, wir hatten auch im Train Simulator Classic das Problem, wo ich euch diese Huttersfieldline gezeigt habe, da habe ich vergessen zu speichern. Fehlt ja auch noch der zweite Teil, bin ich aber dran, dass ich den vielleicht euch doch noch nachliefere. Ja, ansonsten, äh, viele werden jetzt denken, was ist denn mit dem einen Szenario, mit der, wo wir hier im, im Barstow, bei dieser, auf diesem Caroon Pass rangiert haben. Ja, den zweiten Teil wird es natürlich auch noch geben. Ähm, ich habe gedacht, wir durchmischen das Ganze jetzt hier so ein bisschen. Also den zweiten Teil, äh, dieser Fahrt wird es auch noch geben. Das war ja ein, ein Szenario, was nachträglich noch geteilt werden musste, weil, ähm, ja, es eben nicht 30 Minuten, sondern mal eben 50 Minuten dauerte. Das ist mir persönlich etwas zu lang für ein Video. Es sei denn, das ist jetzt wirklich eine brandneue Strecke und so weiter, dann kann man das mal machen. Ich glaube, bei Dresden, Chemnitz, da hatten wir mal 55 Minuten ein Video, wo dieses eine Szenario auch etwas länger als angegeben gedauert hat. Aber eigentlich wird das hier nicht so die Regel sein. Oh, hier wird es aber neblich. Schaut euch das mal an. Ist richtig neblich hier, oder? Richtiger nächtlicher Nebel, das ist mir richtig gut, was ich sagte. Krass. Sausen wir als durch nächtlichen Nebel, auch interessant auf jeden Fall. Aber schnell wieder in den Führerstand. Wie gesagt, das Jahreszeit ist Sommer angesetzt. Und noch festgelegt. So, wie weit haben wir es denn noch 55 Kilometer? Und konstant bei 160 Stundenkilometern. Ja, ein sehr langer Zug, 16 Wagen. Das heißt, wir müssen dann in Fulda auch gucken, dass wir da möglichst genau am Bahnsteig halten. Ja, persönlich finde ich das sehr schön, dass wir eben hier auch mal solche Szenarien bekommen, die das Ganze eben wirklich abwechslungsreich gestalten. Auch wenn wir jetzt natürlich hier dafür, für dieses Szenario die LCs brauchen, aber trotzdem ist das eine sehr, sehr schöne Abwechslung. Also dieser, auch wenn ich mich so an die Anfangszeiten vom Fahrplanmodus erinnere, also falls ihr das noch kennt, da heißt das damals nur noch ein Schwenzen wird, also das zwei Spiele zurück sozusagen. Wenn ich mich da an den Fahrplanmodus erinnere, der war ja relativ einseitig und mittlerweile ist immer mehr, was man hier machen kann in dem Fahrplanmodi. Was auch mit dem ICE 3 zum Beispiel, da haben wir, glaube ich, noch gar keine Fahrt gemacht, wo wir mit dem, waren wir mal mit dem ICE 3 in Kassel, ich bin mir da gerade nicht sicher, aber da gibt es zum Beispiel auch Fahrten in Doppeltraktion, wo man dann zwei ICEs fährt, das sind quasi die Ersatzfahrten für den ICE 2-ICE 4 und dann gibt es noch ein paar Einzelfahrten, wo man als Einzeltraktion unterwegs ist, das ist also auf jeden Fall auch sehr interessant. So, und ich bin wahnsinnig gespannt, was dann als nächstes für eine deutsche Strecke kommen könnte. Da gibt es ja einige, die haben von euch, die haben ja auch herausgefunden, dass es, da hängt doch in Kassel am Bahnhof solche Streckenkarten, die man sich anschauen kann. Und da ist zum einen diese Strecke eingezeichnet, aber da sind noch oberflächlich ein paar andere Strecken und ein paar andere Orte eingezeichnet, zum Beispiel Bebra oder Frankfurter Main zum Beispiel so. Und da gab es auch mal von einigen die Vermutung, dass es sich da möglicherweise um zukünftige Strecken handeln könnte, aber ich glaube, dass nicht so ganz, vielleicht kommt noch mal eine Strecke in der Region, das kann natürlich sein, ich würde es jetzt mal nicht komplett ausschließen wollen, aber grundsätzlich glaube ich das nicht. Ich glaube ja, dass diese Streckenkarten, dass dieses Streckennetz, was man dort hat, dass das eher als Orientierung dient, denn, ihr müsst euch ja vorstellen, Trends in World 3 wird ja international verkauft und Städte wie jetzt Würzburg, Fulda oder Kassel, die sind vielleicht nicht jedem, der jetzt im Ausland lebt, wahrscheinlich vielleicht noch nie in Deutschland gewesen ist, die sind da nicht jedem unbedingt ein Begriff. Aber wenn ich da eine Karte zeichne und male dann etwas westlicher Frankfurt am Main, dann weiß derjenige etwa, in welcher Region sich das Ganze hier befindet. Wie gesagt, Kassel kennt man vielleicht noch, Fulda, Würzburg, ja, hat man vielleicht mal gehört, weiß man jetzt auch meiner Meinung nach auch nicht unbedingt, muss man jetzt nicht unbedingt die Region entkennen, wo sich das befindet. Also deswegen denke ich mal, dass diese Streckenkarten dort eben nur als Orientierung dienen und keine zukünftigen Strecken anbekündigen. So, dann saufen wir wieder durch den nächsten Tunnel. Irgendwann passiert, glaube ich, sogar hier den längsten Eisenbahntunnel, ich glaube mit 10 Kilometern, dieser Landrückentunnel. Ich weiß nicht, ob das, nee, der ist es auf gar keinen Fall, aber der befindet sich jedenfalls hier auch auf dieser Strecke, auf diesem Abschnitt zwischen Würzburg und Fulda. So, hier kommt uns der nächste Zug entgegen. So, ich habe es nicht geschafft, das Licht abzublätten. Viele, viele Container, das sieht man ja nachts sehr häufig auf dieser Strecke. Jetzt sind wir schon hier im Bereich Bruxen, müssten wir jetzt gerade hier sein, also links von uns ist der Bahnhof Bruxen. Da könnte ich vielleicht, sind wir letztens auch gewesen, wo wir mit dem Güterzug hier dieses Plätze-Zuschenschnitt gefahren sind. Und hier quasi links verläuft dann weiter die ältere, also die alten Baustrecke, die aber dann hier weiter nicht mehr detailliert war. Das hat er auch mal ausgetestet, wie weit kann man da fahren. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, wie gesagt, eben bis nach Lohr oder bis nach Gemünden zu fahren mit KI, RE-Zügen oder eben einem ICE. Das funktioniert auch. Also das ist ein relativ großes Streckennetz. So, jetzt sind es immer noch 44 Kilometer, also das zieht sich halt bei der geringen Geschwindigkeit normal. Dürfte unsere Lokomotive bis zu 200 Stundenkilometer schnell fahren, genauso die Personenwagen. Aber aufgrund der Autowagen, die wir am Ende eben haben, dürften wir hier nur 160 fahren. Und das ist schon sehr schnell für die Autowagen. Wusste ich auch noch nicht, dass es Autotransportwagen gibt, die bis zu 160 Stundenkilometer in der LZB fahren können. Ich kannte das bis jetzt nur mit 140 und niedrigeren Geschwindigkeiten. So, Hälfte der Strecke haben wir übrigens schon hinter uns. So, hier setzen wir die Sifra wieder zurück. So kommt hier der Nächste. Nee, das sah gerade so aus. So hat es aber wieder ins Fernlicht an. Aber relativ viel Verkehr ja. Und dann mitten in der Nacht auf diesen Straßen. Und so jetzt nach 3 Uhr. Also ein Güterzug nach dem Markt. Und wie gesagt, wir sehen jetzt natürlich die ein oder andere Lokomotive, die hier nicht so, also nicht bei dieser Strecke mit dabei ist. Aber da auf meinem System gerade eben alle deutschen Strecken für den Schwenzer 3 installiert sind, sehen wir natürlich hier auch hier im Fahrplan, wo das viele Fahrzeuge manchmal rumfahren unterstehen, die hier nicht zur Strecke gehören. Und das ist halt wiederum der Vorteil an diesen Fahrplanfahrten. So, kamen uns also jetzt schon 3 Züge hier entgegen. Jetzt wieder hier über die nächste Brücke. Auch komisch, dass die Kamera immer rechts ist, wenn man sie nach außen präsentieren muss. Also das müsste ja auch eher zufallsorientiert sein. Aber das war auch schön, der Vorgänger spielt so. Ja, Baureihe 101. Die hat, glaube ich, im letzten Update auch noch mal ein kleines Update bekommen. Also das bezüglich Fahrphysik wurde da, glaube ich, noch irgendwas gemacht. Und ja, ist auch eine Lok... Soweit ich weiß, hat hier Entwickler TSG auch mitgewirkt. Und ist halt dann noch die sehr schön... Also eine der besten Lokomotiven, die es für Transom World 3 aktuell gibt. Eine der besten deutschen Lokomotiven. So, nächster Tunnel. Also es zieht sich dann halt eben auch hier ziemlich so 30, 38 Kilometer müssen wir auch noch fahren. Und wir lassen den Zug einfach mit 160 rollen. Ich weiß, dass es damals mal für den Microsoft-Transom World 3, da gab es ja auch mal so eine Berlin-Hamburg-Strecke. Da gab es zwei Versionen. Da gab es eben die neu eröffnete, wo man bis zu 230 fahren kann. Und dann gab es einige Jahre vorher noch die alte Version dieser Strecke, wo eben die Geschwindigkeit auf 160 begrenzt wird. Da war das genauso. Da hast du hinter Hamburg-Bergedorf auf 160 hochgeschalten. In Wittenberge mal kurz runter auf 100. Und dann sollst du wieder auf 160 und bist dann halt mit dem ICE eben da durchgerast. Kann ich mich auch noch dran erinnern. Ist aber wirklich schon sehr lange her. Da reden wir über Zeiträume. 2003 kam die, glaube ich, raus. Und dann diese Nachfolgestrecke, also diese moderne Version 2007. Ist schon sehr lange her. Ja, aber das waren so meine Anfänge mit den ganzen hier Eisenbahnspielen. Microsoft Train Simulator. Und da habe ich mit diesem Spiel, da habe ich wirklich Stunden in meiner Jugend verbracht. Gab damals auch sehr, sehr viele Addons, DLCs, lange Strecken, viele Züge mit drin. Dann gab es noch den ProTrain Perfect und ProTrain Perfect 2 kam er dann irgendwann raus. Und dann hat sich ja hier letzten Endes erst nach 2009, 2010 der jetzige Train Simulator durchgesetzt, der ja früher Railworks hieß und jetzt eben der Train Simulator ist. Und der hat dann nach und nach diesen MSDS abgelöst. Aber eben auch fast, wie gesagt, ab 2009, 2010 sowas, wo das Spiel dann auf Steam war. Und dann, ja, als Rail Simulator wurde es vorher vermarktet. Da gab es vorher zwei Spiele, aber die waren, naja, haben das halt nicht geschafft, den MSDS abzulösen. So, nächste Brücke, es wird immer nebliger, fing das dann mit dir noch an zu regnen. Ich hoffe, was machen wir, ist alles von der Liebe. So, jetzt haben wir es noch, um 32 Kilometer zu fahren. Die Fahrt läuft sehr entspannt bis jetzt. Und dann, ja, gucken wir mal, dass wir, ob wir pünktlich in Fulda ankommen. Ich kann das überhaupt nicht abschätzen mit der Fahrtzeit. Auf jeden Fall halten wir uns an die Geschwindigkeiten. Aber schon krass, so eine Fahrt mitten in der Nacht, haben wir das eigentlich überhaupt schon mal gemacht? Ne, ich glaube, so Nachtfahrten haben wir nicht so oft gemacht. Sicherlich mal ein Trends in Wurz 2020 müsste doch die letzte reine Nachtfahrt gewesen sein. Mit den Szenarien für die Strecke Rhein-Ruhr-Osten, das verstehe ich ja manchmal, habe ich ja bei den alten Strecken manchmal auch nicht so verstanden, warum man da immer viele Szenarien im Regen ansiedelt oder eben sogar bei Nacht und bei Dunkelheit. So, ja, da wollte die Sifa wieder zurückgesetzt werden. Aber jetzt kommt das erstmal wieder kein Zug entgegen. Es gibt sogar hier echt, man hat ja sogar anscheinend Güterzugfahrpläne recherchiert, gerade wenn ihr euch eine der Lokomotiven, beispielsweise die Bauerei 182 oder die hier mitgelieferte 185.2 anwählt, dann könnt ihr wirklich fast originale Güterzugfahrten, was weiß ich, Züge zwischen Wien und Duisburg oder ich glaube sogar Güterzüge, die bis nach Verona fahren. Also das ist auch eine sehr, sehr gründliche Recherche, die da anscheinend betrieben wurde. Diese Güterzugfahrten, die könnt ihr mit verschiedenen Loks machen. Also standardmäßig dabei ist hier die 182.5, 185.2. Dann könnt ihr mit der 182.5 alle Versionen, also sowohl Dispo-Lok als auch MRCE oder DB Güterzugfahrten machen. Dann mit der 187.5, also der Lokomotive, die doch eine sehr, sehr, für sehr viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Dann mit der 155.5 könnt ihr hier unterwegs sein. Also hier eine Menge Auswahl auf jeden Fall. So, 25 Kilometer sind es noch. Dann hatten wir den ersten Abschnitt erst mal geschafft, abzufahren. Da muss man dann gucken, ob es dann im zweiten weiter geht. Wie gesagt, ich habe mir überlegt, was mache ich für euch Sonntag für ein Video. Es ist ja Sonntag heute, wo ich dann, wenn das dann veröffentlicht wird, dann dachte ich mir, machen wir doch mal diese Nachtzugfahrt. Und jetzt wird ein Halt erwartet, weil wir anscheinend zu schnell sind. Das ist die Frage, ist das noch bevor wir, ja, anscheinend laufen wir jetzt quasi auf einen Güterzug auf. Und irgendeinen Zug, der vor uns eben langsamer fährt, jetzt bremst es nämlich schon die. Jetzt bremst du es nämlich schon hier gleich die LZB runter. Deswegen habe ich jetzt auch die Leistung hier weggenommen. Ja, irgendwas scheint hier zu sein. Jetzt geht er wieder nach oben, okay. Okay. Dann können wir es auch wieder beschleunigen. Sehr komisch auf jeden Fall. Das zeigt ja ganz klar Null an, aber wie weit das das weg ist. Das ist weniger, so um die dreieinhalb Kilometer. Scheint das zu sein. Es geht steil bergauf. Jetzt fängt hier, ich seh es selber, jetzt fängt auch die LZB wieder an. Hm, das ist halt die Frage. Was uns jetzt hier erwartet, das sind zu schnell, waren wir auf gar keinen Fall. Wie schnell sind wir jetzt eigentlich gerade? 160, genau. Aber ihr seht, die bremst uns hier runter. Oh, weil in 1,5 Kilometer, nein. Jetzt hat es umgeschaltet, okay. Sonst hätten wir da anhalten müssen. So, aber ihr seht, das System kümmert sich da ganz gut. Aber dann müssen wir jetzt natürlich durch den Tunnel schleichen. Das wird natürlich ein bisschen dauern, bis der wieder sein Tempo erreicht hat hier. Naja, aber das meiste der Strecke haben wir. Das letzte Viertel befahren wir jetzt. Es sind noch neun Minuten Zeit. Aber anscheinend kommen wir jetzt hier nicht so schnell voran. Oh, hier ist zum Beispiel auch ein Vorsignal. 90,5 Kilometer. Das seht ihr selber. Also schaut euch das an, wie hier, wie die LZB das Ganze regnet. Da müssen wir nichts machen. Ja, jetzt hat das hier. Also wir haben definitiv einen langsameren Zug vor uns. Und deswegen wahrscheinlich auch so diese etwas längeren Fahrzeiten. Bleibt nur zu hoffen, dass der Zug da irgendwo auf dem Abstellgleis oder auf dem Ausweichgleis geleitet wird. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier noch eine Betriebsstelle haben. Ansonsten geht das jetzt hier so bis Fulda. So. Jetzt will ich auch hier die Beschleunigung zurücknehmen. Tja, auf jeden Fall. Ich finde es sehr interessant, so was. Und dann haben wir wieder das nächste einzeigende Signal. Also, wir fahren irgendeinem langsameren Zug hinterher. Die letzten 17 Kilometer. Das Zurücksitzen nicht vergessen. Ja, bringt der uns jetzt hier wirklich noch fast zum Stehen. Jetzt hat es wieder umgeschalten. Schaut mal, wie langsam wir hier unterwegs sind. Rollen jetzt hier mit 70 über die Schnellfahrstrecke. Und da wird dann schon wieder das nächste einzeigende Signal angezeigt. Das ist schon krass, was uns jetzt hier so alles erwartet. Ja, 40 Minuten sind wir fast schon. Sind wir wirklich fast schon. Ne, das kann doch nicht sein. Sind wir wirklich fast schon 40 Minuten unterwegs. Kann man doch nicht. Ne, also da stimmt was mit dem Timer hier nicht. Oder? Hat doch glückte Zeit. Also, das wäre wirklich, deswegen habe ich mich auch entschlossen, das Szenario zu teilen. Weil es dann einfach für eine einzelne Fahrt viel zu lang wäre. 14 Kilometer noch. Ja, das hat natürlich die Frage, ob wir wirklich irgendwann mal einen Nachtzugwagen beispielsweise hier für den, für Transom World 3 bekommen könnten. Wäre natürlich auch sehr, wäre natürlich auch eine Überraschung. So, hier kommt jetzt eine, ich glaube eine 1285 ist das, was da entgegenkommt. Hier, das nächste einzeigende Signal. Also, es geht jetzt wahrscheinlich wirklich bis nach Fulda so. War vor nur, dass die LZB ihre Arbeit hier auch richtig macht. Aber es geht schon wieder los. Schon krass. Also, da sind wir wirklich entscheidend auf irgendeinem Güterzug aufgelaufen. Deswegen brauchen wir jetzt auch so ein bisschen länger bis nach Fulda. Normalerweise wären wir bei normalen Geschwindigkeiten fast schon da. So sind es aber noch diese besagten 12 Kilometer, die wir zurücklegen müssen. Und da kommt wieder ein Haltzeigen, das Signal. Ich glaube, wir versuchen aber so schnell wie wir können, da dran zu bleiben. So, die Frage ist, ist das ein Personenzug, der vor uns fährt und den wir bis Kassel vor der Nase haben? Oder ein Güterzug, der dann irgendwo auf die Seite geschoben wird? Könnte ja alles sein. So, schneller. Ja, ich bin auch sehr gespannt, was die neue deutsche Strecke sein könnte. Fest steht, dass es eine elektrifizierte Strecke sein könnte. Da aber wahrscheinlich eben auch, am Ende vielleicht aber auch einige Abschnitte beinhalten könnte, die nicht elektrifiziert sind. Das war da nicht so ganz klar. Wenn man diesen Code versucht, also aus diesen Buchstaben und Zahlen versucht, eben da was zu erkennen. Da gibt es ja diese Legende dazu im Forum von Daftail Games, was das alles bedeutet. Mal schauen, was ich glaube ich wirklich langsam. Wenn wir jetzt hier mal hinschauen, so ganz langsam Dämmerung, die jetzt hier anfängt einzusetzen. Das ist ja eine tolle Sache. Okay, da kann es wirklich bei einem Personenwagen. Okay. So. Was ist hier jetzt los? Jetzt können wir wieder beschleunigen. Ja, jetzt können wir schon wieder beschleunigen. 9,8 Kilometer sind es noch. Also wie lange will uns hier die LZB noch herkommen? Also das, wir sollen auch in drei Minuten da sein. Das wird jetzt schon richtig knapp. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir jetzt am Ende sogar noch Verspätung kriegen. Hier ist jetzt das nächste Rote Signal. Das ist, weil hier ein langsamer Zugfahrt rausfährt. Und das ist gerade hier so ein bisschen das Problem, was wir haben. Und der hält uns auf, dass wir nicht pünktlich in Fulda ankommen. Und sollen wir dann gleich dort weiterfahren? 32. Und da haben wir auch wieder so eine sehr lange Fahrzeit von wieder fast 40 Minuten bis nach Kassel. Da scheint also auch irgendwas zu sein. So, hier kommt uns der nächste Güterzug entgegen. Und wieder können wir halt was schneller fahren. Und in 3,5 Kilometern ist dann schon Geschwindigkeitsreduzierung auf 100 Stundenkilometer. Das ist ja dann schon die Einfahrt im Bahnhof von Fulda. Aber das wird schwierig. Das werden wir nicht mehr pünktlich schaffen. Einfach dadurch, weil der vorausfordernde Zug uns auffällt. Aber schaut, das setzt tatsächlich jetzt schon gegen halb vier im Sommer. Na gut, das kann wirklich sein, gegen halb vier wirklich die Dämmerung ein. Deswegen habe ich das auch so ausgewählt. So wirklich auch bei Dämmerung zu fahren können, dass wir ein bisschen Tageslicht dann vielleicht sogar noch zu sehen bekommen. So. Ja, ansonsten, am gestrigen oder an diesem Wochenende bzw. Freitag war ja für viele Schülerinnen und Schüler in Sachsen vorerst der letzte Schultag. Die Herzferien haben begonnen, zwei Wochen. Und falls da jemand dabei ist, dem das betrifft oder eine, die es davon betroffen ist, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wie sind hier eure Pläne für die Herbst? Ich weiß, in anderen Bundesländern sind sie ja schon wieder vorbei. Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Da müssten sie jetzt schon wieder zu Ende sein. Aber Sachsen fängt jetzt aus an. Ich glaube, Bayern und so sind die noch ein bisschen später, in den süddeutschen Bundesländern. So, jetzt auf einmal geht der wieder hoch, okay. Vier Kilometer, aber das werden wir nicht schaffen, in einer Minute in Fulda zu sein. Das schaffen wir nicht, das geht nicht. So, genau. Der bremst uns jetzt nämlich gleich wieder auf diese 140 runter. Und wir müssen aber auch dann aufpassen, rechtzeitig anzubremsen. So. Auf jeden Fall konnten wir jetzt vielleicht noch mal ein paar Sekunden rausholen. Aber wir werden das Ganze nicht pünktlich... Also wir werden das nicht pünktlich schaffen. Da müssten wir in wenigen Sekunden ankommen. Aber Nachtzüge, das muss man dazu sagen, Nachtzüge haben einen sehr großzügigen Fahrplan. Hier drüben, hier fährt gerade ein Zug von der Altbau-Strecke auf die neue Strecke auf. Schaut mal. So. Jetzt nehmen wir das aber auch mal zurück. Jetzt müssen wir auch, jetzt müssen wir wirklich langsam anfangen zu bremsen. Ja, jetzt müssen wir nämlich selber anfangen zu bremsen. So in zwei Kilometern ist nämlich der Bahnhof. Nach 100 Metern fahren wir nur noch 100 kmh. So, und da reichen wir Fulga. Die Dämmerung beginnt. Das dürfte dann sehr interessant werden. Hier in Richtung Kassel. Aber jetzt habe ich mich hier noch vertan. Und doch die LZB machen lassen sollen. Aber wie gesagt, das kommt auf die Sekunde auch nicht mehr an. 200 Metern ist 100 erlaubt. Gut. So, und hier gilt jetzt die 100, die man maximal hier durch den Bahnhof fahren darf. So, musst du uns jetzt aber nicht runter bremsen. Und da vorne, hinter der Kurve, liegt doch dann schon die Station Fulda. Genau. Und ein Fahrrad am Bahnsteig ja nur maximal 60 Stundenkilometer. So, und da vorne sollen wir dann halten. Und da müssen wir ziemlich genau halten, dass das Glück, was wir haben, ist, dass das Signal... Ähm... Schaut mal, wie genau wir halten müssen. Wir überlegen ja wirklich anscheinend den kompletten Bahnsteig. Das ist ja mal richtig krass. Weil hier geht's schon los. Und da vorne sollen wir halten. Aber es war ein bisschen Spielraum, ist glaube ich noch da. Hier drüben, schaut mal, da drüben steht auch ein Regionalzug. Gerade bereit. Das ist wahrscheinlich schon der erste Regionalzug in Richtung Frankfurt. So, wie gesagt, wir kommen mit zwei Minuten etwa Verspätung an. Aber da können wir nix für, wenn uns hier ein vorausfahrender Zug aufhält. Und das müssen wir auch noch bis davor schleichen. Aber das habe ich auch gerade ein bisschen verkehrt gemacht hier. So. Hiervorn sollen wir jetzt halten, okay. Okay, damit ja wirklich der komplette Zug hier auch in den Bahnhof passt. Also Einfahrt hier in Fulda. Und damit, ja, relativ lange Fahrzeuge, die wir hier hatten. So. So, Fulda haben wir erreicht. Und damit entriegeln wir die Türen unserer Wagen. Und ja, das ist halt die Frage. Ja, wir sind auf jeden Fall mit dem heutigen Video fertig. Und jetzt werden wir tatsächlich mal probieren. Also das ist immer, das sollte man immer machen, wenn man schon speichert. Sind die entriegelt? Die Türen hier. Ja, sind noch gegangen, okay. Wenn man schon speichert, sollte das auf jeden Fall passieren, wenn unser Zug steht. So, jetzt muss ich aber erstmal die Speicherfunktion hier wieder einschalten. Spielspeichern aktivieren. Annehmen und hier werden wir schon darauf hingewiesen, dass es eben immer noch Probleme gibt. Ich werde es in der Tat jetzt riskieren, wenn die Funktion Spielspeichern hier gut funktioniert. Wir speichern das jetzt auch, das machen wir zusammen. Wir speichern den Spielstand. So, Spielstand wurde gespeichert. So, wenn das alles gut funktioniert, dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder zum zweiten Teil unserer Fahrt. Wenn das gar nicht funktioniert, ja, dann geht es halt ab hier mit dem Zug nicht weiter. Aber ansonsten danke ich euch ein bisschen fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und für die Leute von euch, die aus Sachsen kommen, einen wunderschönen Start in die Herbstferien. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix der Weise.